Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu The Division, yeah! Und wieder mit am Start ist der Onkel. Geh mal schicka weh! Ja halli, hallo, hallöchen! Und der Crazy! Hallo! Oh Gott, was war das denn für ein geyscher Start? Ja, wir waren nur, wir waren nur like. Aber du darfst sagen, du bist ja auch ein Girl, also von daher. Okay, Relays aktivieren, ich werde mal anaktivieren. Ja, ich bin eigentlich G-Mail, also. G-Mail. Also, siehst du aus. Okay. Wer da eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Failau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns Rhodes. Warte doch, Crazy. Wer hält mit dir los? Hier ist ja nix. Und sobald sie Leichen sehen, setzen sie schnell die Maske auf. Sonst sind sie tot. Ist doch nix da. Ja, so sind die G-Mail. Das weißt du doch, Angel. Und zwar habe ich diese Mission in der zweiten Beta gezockt, in der zweiten Open Beta. Genau. Und zwar war das damals die PC-Version, habe ich das gezockt. Ja, das ist die, die hier zugekommen ist, bei der zweiten Phase, der zweiten Beta. Also, ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Oh, also, die ganzen Leichensäcke hier. Warte, ich darf hier umgucken. Warte, ich darf hier umgucken. Zwei, drei Gegner. Warte, ich will mal hier um kurz gucken. Aber das sind ja übelst viele Leichen. Leck mich am Arsch. Ja, Onkel. Die hier sind schon übel, die Cleaner. Die sind paar Gegner, aber wirklich nur ein paar. Wart wirklich ein paar. Warte, ich lass den Scanner. Hm. Ja, dieser, ja, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich werde hinter dieser Mauer. Ich bin zwar ready, hat aber auch kein Schussfeld. Moment, ich muss ein bisschen anders. Komm mal ein Stück vor. Hier kannst du... Ich wollte euch hier hinter die Deckung geben. Egal, ihr seid eh mit drin. Okay, Deckung ist gegeben. Seid ihr ready? Ja. Feuer. Boah. Boah, eine Brandgranate geworfen, der Drecksack. Doch, da kommt einer auf mich zu. Naja, die schießen nach oben. Da liebt mich einer. Na ja, die Liebe von denen will ich nicht sehen. Alter. Alter. Wo sie hin? Alter, ich habe genau auf den Tank geschossen. Bei dem kack, egal. Naja, die haben eine Panzerung drin bei den dicken. ich bin tot scheiße irgendeinem hat sich gerade einen Arsch gerettet hilft mir Onkel danke also ich muss sagen mit der ganzen Sammlung mit der ganzen Startversammlung die wir machen ich glaube Rewano ist das den sie ständig entdecken wenn das ein komisches wenn das eine komische Schildes muss es auch mal in Entdeckung gehen bevor du das machst nicht bei Entdeckung also ich glaube dass ich das vielleicht Prozent er schießt drauf und dann mache ich erst die Deckung vielleicht da oben ist einer ja aber die Deckung und dann dann entdecken sollen ja ja und dann würde ich sagen dass wir es erst angreifen und dann mache ich die Deckung das ist ein Niederlöscher und geblieben halt na 1.5 Prozent die die Deckung wegballern wollen es kann ja wir kriegen aber auch noch kritischen Schaden dazu und so bei der drüben muss ich verbessern können wir da ach es doch voll easy die Hummer weg Kumpel war nur die Hände den Gernik kommentieren die Reichweite aber das war jetzt gerade ich es sind und wie das auch so alles wie sie die Hände und woche er bleibt der nächste Rambo ein Jahr Nö Nö egal also es geht noch mal ich gehe mal hier lang der dritte ist auf jeden Fall gut oder ist wieder was zum Anmeldung warte ich komm ich bin nochmal in die falsche Richtung gelaufen aber weil wir wollen ja eigentlich immer erstmal in die falsche Richtung laufen bevor wir hier irgendwas machen ich hab nix gefunden nachher hab ich das Energie angemacht für den Job brauche ich mehr Hände als ich habe glauben sie dass sie mir helfen können wenn ich ihnen sage wie welche Hilfe sie aufbauen hier ist die Kiste freunde einer Auffüllkäste ok jetzt gehts los jetzt gehts los sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet kontaminierter Bereich ich alter Schwede wo ganz viele Kartons aber so als Prozent für Garten so nennt man das Kartons so eine Kartons sind doch keine richtige Särge das sind ja haben sie einfach einen Karton gespuckt crazy der rennt voraus erhält dass wir da waren wir nicht ne ich bin ganz normal wie immer abgeliegend ist so verkauft auf jeden Fall sind der Gegner naja okay so ein bisschen ne zwei sie ich schon mal ich hab man visiert mit Granate sagt Bescheid warte mal ich geh mal noch hier vor ja nicht ein bisschen da kommst du aus der Deckung raus zur Nase nein wenn ich an die normale Granate ja mach hin da kommt einer an ja los los mach 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 Stellung ist verstärkt hab ich ne Brandgranate hingeschmissen Achtung crazy neben dir so ein Kloppen der mich ist ja bescheuert darf der das ja der hat getrunken da kommt noch einer auch hinter hinter mir ist auch einer warte aber ich geh mal hier weg hier was ist doch alter der will dich hacken alter alter Hilfe der hackt mich da bin ich ja weggegangen da und bleib mich da stehen naja ich bin ja auch weggegangen ok 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 da kommt eine Achtung Flammenwerfer da kommt eine Achtung Flammenwerfer na du Sack auf mich komm schon der sich heute selbst in Brand gesteckt auch nicht schlecht oder sowas oh die Gegner sind aber übel die Cleaner du da sind die anderen aber easier ne die mit den normalen Waffen da oben ist noch einer so gut drauf da oben boah der kriegt jetzt meine Flammenwerfer sauber so schön durch das geht natürlich jawoll weggefletscht die Hilfe Paket ne aber ich lauf ganz normal und gewisse auch so ich renne nicht oder so ja aber du rennst du aber voraus wo man hier so ein bisschen die Grafik bewundern kann und rennst du aber voraus naja die Grafik ist ja immer gleich das ist ja völlig gut wie was ich wollte mir grad sagen so ahja ja aber soll ich den Video groß angucken ja ich verstehe das ist wie in jedem Raum jeder der vier Ecken ist auch gleich was Komponent nehmen ja ich brauche nimm mal den Komponent okay jetzt hab ich bloß eine Hand ach so ich kann das gleich reinsetzen okay ach du bist du bist jetzt der den wir beschützen müssen oder ah ne doch nicht naja naja noch nicht ich denke mal das muss bestimmt weitergehen ne aber was heißt ich denke mal die Queeners eliminieren das ist ja unser Hobby oder alter boah ich will nichts sagen aber wir haben Problem hinter euch Leute die Kappen die Kappen ah ich komm von hinten ne tu's nicht wie immer halt okay er ist tot jo mei jo mei jo mei jo mei hier gibt Strom ah baller den grad voll auf die Fred oh den juckt das gar nicht alter der Tank ist den Kack egal Granate kommt Granate ja oh die Brandgranate war gut äh da war der Tank explodiert ach so wo da ist er endlich macht der Tank mal boom boom da sind geflogen hier ist der Schussfeldreiberne mach ihn in den Fresser hm ich seh dich gar nicht ja weil ich hinter dir stehe wie sitzt du jetzt na schön tut 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 oh einer Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan mach ein paar nö das ist wirklich die Reden schon dass es vorbei ist und da kommen die nächsten hm ähm hier ist hier ist so ein Schildi so eine Schildkröte ich komm so ein Schildmann gut ja hier sind noch irgendwo welche tot okay nicht mehr wo ich spruch' noch keine Lut aber das nächste tot ok jawohl aber nicht der einzige der kein Loot kriegt ja ja ah hier ist einmal Loot ich hab sonst nur Muni und sowas krieg ich halt ach so ja ach ne den Loot hab ich doch vor uns am Anfang immer zu machen ok diese Schießerei das waren sie oder? dachte ich mir ich glaube dass hier jemand gehört haben könnte bekommen dacht ich mir ich glaube dass hier jemand gehört haben könnte dacht ich mir ok ich hol mir jetzt erstmal Munition oh da schreib noch mal alles nach hier gut hab ich alles nach Oh ne ich benutze nur die Seelow εί man also wie sie brennen nur die Kleinsklaven w mysteries Wenn wird entdeckt ihr habt es schon wieder entdeckt es steht aber auch im klotz drum wir haben nichts gemacht ich habe nur da eben das nichts gemacht hat 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 auch wie sie brennen du die kleinen sklaven diese brennen die kleinen sklaven der cleaners so was haben wir sie weg warte alter wie die schreien der armen okay könnte ich noch mal die deckung erhöhen ich mache mir die gering wir haben auch mal die deckung erhöhen wenn man schon noch einen kopf ach so wusstet ihr dass sie einfach wenn ihr in der deckung seit und feuerndrückt dass er über die deckung schießt ja ja es wird die Tüte und erklärt und mehr als ein Jahr ich werde es tun ich weiß nicht ob ich ein Onkel sind die der ist die sind mit der ersten ja ich bin wohl die einzigen die aufgepasst haben die Tüte wir können ich wusste ich wusste es auch ich wollte erinnern du erklärst uns immer Sachen die uns das ja hätte er sein können weiß ich nicht drei Stunden erklärt wurden Achtung drei Stunden erklärt wurden da kommt einer ein Knüppel Bruder ja der Warnweger geht doch auch da weg nee nee ich muss euch ja er ist ja auf euch losgegangen nicht auf mich ich musste den ja von hinten ja da hast du auch Glück gehabt hm alter Schwede ach da kommt noch ein Knüppel Bruder ein Flammenwerfer Bruder mein Gott jetzt lad doch mal die scheiß Waffen nach gib's doch mal schießt auf den Tank und trefft den Tank ja aber das braucht ewig bis der anspringt jetzt bis er anspringt ja bis der Tank auf platzt da kommt wieder immer noch ein Bündnis Bündnis das ist ein durch eine Trauphäden soll für alle auch gleichzeit nachladen das kann jetzt nicht gehen los Leute alle drauf schießen erstmal nachladen alle alle rotzende gleichzeitig drauf und zur gleichen Zeit mussten wir alle nachladen das war geil was ich bin 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 Oh, jetzt seid ihr wieder da. Gerade war irgendwie ein Leck oder so. Ja, der TS hat gerade gesponnen. Achso, das war bei euch auch. Danke TS. Ich will nichts sagen, aber ich sage es trotzdem. Dann sagst du nicht in die S. Komm, wir gehen zurück, Leute. Wir gehen zurück. Ja, Rewarnung, genau, genau. Hier hinter die Kiste. Rennen wir in die Schusslinie. Rennen wir dreimal in die Schusslinie. Du machst das immer so geil. Hm. Da oben steht einer. Der Hansel im Vorderen. Zurückrennen ist du nicht, weil man wirklich ein Schussfeld hat. Da oben. Ja, aber ich habe einen Sniper. Der ist weg. Da ist mir nicht noch ein dickerer. Deckung ist erhöht. Oh, ich brenne. Scheiß Flammenwerfer, Alter. Alter. Die sind echt drauf, die Jungs. Boah. Irgendwo die Drogen genommen. Du? Nein, die. Hätte ich nicht gemacht vor der Aufnahme. Nein. Möller, kommt einer. Ja. Alter, was die aushalten. Mein Gott, jetzt. Ich stehe auf, Männchen. Was ist denn hier schon wieder? Oh, ich habe keine Energie mehr. Ach, da vorne liegt was. Alter, hier der Obermatter. Der geht mir ja nicht noch auf den Geist. Nimm doch mal diese Scheiße auf. Nein. Nein. Mein so tot, mein so tot. Ja, er ist weg. Ich bin fast tot. Mein, mein Controller rastet voraus. Da kommen noch mehr. Oh, scheiß Onkel. Einmal bitte vierk. Ich schieße Hitten auf seinen Fass da. Fass brennt. Tschüss. Ach, das mach ich schon. Das Scanner hat mich schon gefallen. Egal, das Scanner hilft auch. Mehr Schaden. Aber nicht, wenn sie schon alle tot sind. Ja, das war natürlich jetzt... Ja, ich habe fast den Knopf getrückt. So viele Zeiten auf dem Controller. Ich kann mir auch nicht mehr glauben. Was ist hier unten? Ob das schon... Wir verstehen dich nicht, Rebano, du leckst. Warte mal, hier geht es leider hoch. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Du leckst ja auch. Nicht wieder. Wenn ich sage, du leckst, dann heißt das nicht, dass du uns nicht... Wie heißt das? Was tut das den Kommentar? Ich habe hier eine Kiste gefunden. Oh, geil. Eine blaue Schrottfländer. Hier oben ist blau loot. Was ist das gefunden? Da oben. Wie hoch? Oder die Weste. Falsch. Nee. Ach, hier auch noch... Der Crazy wird das schon finden nachher. Ich bin da außen rumgeladen. Oh, ich habe eine laminierte Weste gefunden, eine blaue. Was? Eine laminierte Weste. Krass. So, ich habe verstanden was. Machen wir gut. Plus 4% Lebenspunkte bei Tötung, plus 158 Lebenspunkte, geringere Attribute, plus 18% Kapazität Munition und Fertigkeitsattribut, 4% Impulsgeber-Wirkzeit. Da habe ich aber mal die Frage, wo hast du die 5 hergeholt, wo du dich ständig versprochen hast. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier nicht... Irgendwas blaues. Ach, hast du den Weg gefunden? Schwule Leiter. Ja, Alter. Schwule Leiter. Schwule Leiter. Schwule Leiter. Schwule Leiter. Das ist ja alles Kacke. Schwule Leiter. Hey. Das ist doch alles Kacke. Nein. Wir warten mal auf den Kacke. Äh, auf den Crazy. Hätten ist ein Knopf zum mal draufdrücken. Siehst du das? Eine Hand. Nee, da müsste es wieder so ein Relais leg da rum. Siehst du es nicht? Ja, genau. Da ist ein Relais. Na, ob der Crazy den Weg nochmal zurückfindet? Crazy? Na, ich habe einen Haufen Scheiß gekriegt. Wir hatten... Warte mal, wir hatten noch diese abgesägte Schrotflinde. Hat die noch jemand? So. Als kleine Waffe? So. Äh? Ja, und du? Hast du noch die abgesägte Schrotflinde als kleine Waffe? Die kannst du dir auch wiederholen, ne? Nur mal so. Nee, es geht mir bloß darum, ähm, weil du hast bloß zwei Schuss. Und jetzt hättest du jetzt zum Beispiel die Pistole gehabt, hätte ich gesagt, dass du dieses Relais nimmst, weil du kannst dann nur mit Pistole schießen. Ähm, ich habe auch noch... Ich habe auch... Ja, ach so, als Dings, als normale habe ich hier... Pum, pum. Na, dann nimmst du das Relais, weil da habe ich nämlich die blöde, abgesägte Schrotflinde. Na, die anderen können dich doch schützen. Ja, aber du musst ja trotzdem selber schießen. Oh, Quatsch. Oh, die haben... Oh, Achtung, Leute. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Du kannst auch einfach loslassen. Na, ich möchte dich bitten, dass du da weg gehst. Warum? Einfach aus dem Grund, weil da explosive Fässer stehen. Und ich sehe es mit deinem Glück, dass einer da drauf schießt. Genau, das hat mich mir gedacht. Du hast gedacht. Äh, das da, siehst du, da macht's schon Pum. Die kann ich schießen, aber ist nichts kaputt. Ja, aber... Ich konnte nicht schießen. Och, der hat aufs Sniper gewechselt, ich kenne Gott. Nein! Oh, Hilfe, warte mal, wo seid ihr? Achter, Onkel, kommt zurück. Ja. Ich dachte, ich bin nicht so weit, wenn du hier schon wieder fettelst. Alter, ich geh raus hier, ich geh wieder raus. Hier, ich geh zurück, zu scheiße. Das ist jetzt kaputt. Oh, komm, komm, komm mal her, du bist. Ich will nicht einfach umgefallen, einfach mal so. Ich sterbe. Ich geh raus, geh raus, geh weg. Ich geh raus. Ja, in Brand. Ich hab gesagt, ich geh raus, bin nicht gesagt, wir gehen alle raus. Der Straßenfäger hat das gekillt, oh Gott. Weg, weg, gehst mir, geh nicht, nicht nachschließen. in der Nähe der Wettbewerb hausse Städte ich bin einfach so mit dem Falle Leroum ich habe kein Urge die Römer Stubbücher zu sagen umgeben dann die sich vorgehen ja genau und würde ich sagen machen wir es mit dem Portion ja ich war ja auch dran dann würde ich sagen gebe ich da noch mal ein paar Abschlussworte dann würde ich sagen war ein cooler Part auf jeden Fall wir müssen hier mit bis zur Strategie durchgehen werdet ihr aber dann alles um mit Strategie mit dem Nächsten Part und ein Schritt vor und zwei Schritte nach links ja Spannung für den nächsten Part ob wir es schaffen oder nicht liegt am Teamgleichgewicht jetzt haut da alles aus kennst mich doch ich reime doch gern ja schaut auf jeden Fall mal bei gmashkp im Kanal vorbei bei Crazy Freak und bei mir und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder warum rennst du denn immer hin und her weil das mich anspornt ich denke ich kann nicht stillhalten nein weil er ist wenn ein Töten ist so ein Zappelzülle ich bin mir so richtig in der Schule vorher immer in der Schule irgendwie die Tarnung haben wir aber das ist ja noch muss das Stülsitz für die Karte und ich stand in der Schule ja ich konnte nicht sitzen ne Quatsch keine Ahnung ist auch egal okay da würde ich sagen bis zum Morgen Tschau. Tschüss. Tschüss.